Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Trailer um 21.25 Uhr am 6.06.2020. Der Hauptfilm wurde schon produziert und ich war jetzt heute so ein bisschen in Gedanken dran, dass wir ja noch viel mehr andere Themen haben als Corona. Allerdings war jetzt Corona in den letzten Wochen, in den letzten Monaten vielleicht sogar das Hauptthema und da sind ganz viele andere Themen einfach verschoben worden, gar nicht mehr behandelt worden, da ist nicht mehr drauf eingegangen worden, auch nicht von lieben Kollegen, Kolleginnen. Es hat sich eigentlich alles nur um dieses verlaust, verranste, verschissene Corona-Thema gedreht und dann habe ich mir jetzt heute nochmal die Gedanken gemacht, ja das kann es ja eigentlich auch nicht sein, also auf der einen Seite kann es das natürlich sein, weil mit Corona geht und fällt sehr viel, mit Corona geht und fällt und fallen sehr viele Grundrechte und mit Corona gehen wir vielleicht auch unter. Allerdings sollten wir da nichtsdestoweniger alte Themen immer wieder mal aufleben lassen oder daran denken, es gibt nicht nur Corona und darum geht es im Hauptfilm, den ihr schauen könnt bei VK, bei Bitchute, die den Trailer bei Wegnews TV anschauen, ganz klar, wie immer, ja wie immer, den Link kopieren in die Browserzeile einfügen und ab geht's damit. Das wäre jetzt es zum Trailer dazu und dann hoffentlich bis gleich, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.